Gangbeats! Sagen wir da nur. Genauso für Server drauf. Na dann lad mich mal. Das wär ja jetzt n Ding, wenn das jetzt geben würde. Disconnected Server ist voll. Lade ich nochmal einen für einen. Muss die ganze Zeit versuchen zu spammen. Ja ist sauber voll, jetzt ist sie wieder weg. Ja ist schon okay, ich werde, wurde gekickt. Disconnect vom Server, keine Ahnung, kein Grund. Später vielleicht wurden einfach nur disconnected. Ich mach jetzt einfach mal einen QuickJoy, mal gucken ob ich irgendwo drauf komm. Ich komm hinterher, ich bell auf und drauf. Ich beeil dich. Ich kann nicht hinterher, John. Bei Steam und das Spiel weiterhin. Schauen wir mal. Nö! Bin ich jetzt bei dir drauf? Ist doch so ein grünes Huhn. Mir ist ein schwarzes Bildschirm. Ey, dieses Spiel, ne? Ja, schwarze Bildschirm. Also, wieder neu starten. Man kommt auch nicht mehr zurück, wenn das schwarze Bildschirm kommt, ne? Ne. Doch, 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 doch. Muss nur Escape Spam. Komm ich jetzt zurück, oder nicht? Ja, doch. Doch, geht. Also, um kurz anzusprechen. Wir haben Gangbeats Online Beta Zugang bekommen. Wir versuchen schon seit ungefähr zwei Stunden auf den Server zu joinen. Aber irgendwie will es nicht funktionieren. Ich bin auf einen drauf. Musst du mir die ganze Zeit versuchen nachzusehen. Vielleicht disconnectet gleich einer, dann können wir... Ja, ist noch keiner disconnected. Musst du die ganze Zeit versuchen. Ne, ist servicevoll. Also, für alle die, die Online Beta testen möchten, lass das sein, lohnt sich noch nicht. Man kann sich noch mal am Bodenluft bedanken für die Case. Aber, ganz ehrlich, ich habe noch nie so eine grottenschlechte Beta gesehen. Hier funktioniert noch absolut gar nichts. Ja. Noch das Einzelserber funktioniert ist, man kann per Steam ein hinterher joinen. Das klappt schon mal. Aber wie ihr sehen könnt, drauf kommen, kann es vergessen. Ich bin wahrscheinlich auch da dran, damit nur 10 Server da sind oder so. Und knapp 200 Spieler gerade versuchen zu spielen. Ja, das ist vergleichsweise genauso wie Rainbow Six, wo man die ganze Zeit nur in der H1-Bildschirm war. Hm. So, ich möchte jetzt gerne das Spiel testen. Ich mache jetzt Quick Join so lange, bis du da einen Platz frei hast oder was weiß ich. Ich würde mal wenigstens ein bisschen was drauf haben auf der Aufnahme. Also, ihr seht schon, ich habe Quick Join gemacht, damit er mich einfach irgendwo drauf schmeißt und es steht nur Surging. Disconnected. You were disconnected from the server. Nice. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich gerade doppelt bei dir, Christian. Echt? Ja. Versuch mal nochmal Quick Join. Oh, ich glaube ich bin irgendwo drauf. Ja, ich bin auf dem Server, super. Schwarzbild. Hast du die immer noch doppelt? Test, Test, Test. 1, 2, 3. Ja, immer noch. Jetzt? Test, Test, Test. 1, 2, 3. Ja, immer noch. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, aber das ist keine Ahnung, das hast du sonst nicht. Und jetzt? Test, 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 Test. Ja, immer noch. Ja, immer noch. Ich glaube Peter hat gerade nicht. Ja, und das ist der Online-Beta-Test von Gangbeats. Schwarzbild mit. Beta, Beta, Beta. Ihr könnt das selber sehen. Ich würde sagen, wenn wir mal irgendwann auf dem Server sind, würde ich nochmal ein zweites Video machen. Aber jetzt will ich euch einmal zeigen, damit ihr das noch gar nicht versuchen braucht, weil das läuft absolut nicht. nicht. Also ich bin ziemlich enttäuscht. Ich habe mich sehr gefreut, als die Chaos gerade gekommen sind, aber als ich jetzt testen möchte hier, kann es vergessen. Ja. 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 Ja.